ja ja hallo und herzlich willkommen zu half-life 2 multiplayer mit steven wundern bei mir auf aufdose aufheben die doße auf die kürze auf warum kann ich denn eigentlich denn nicht auf den kopf schmeißen warum kann ich nicht schmeißen hallo ich will die dose aua also ich will nur die dose aufheben alter geh weg willst du die dose haben wow ich tue es in den Mülleimer lach nicht so behindert japan 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 wow hallo ich habe ihn verärgert echt ja ich habe die dose auf ihn geschmissen ja warum kannst du schmeißen und ich nicht keine ahnung warte mal ich muss mal was gucken ach komm mal premiere angriff ist nicht drin oh lol hallo warum greift er mich an hallo 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 so jetzt spielen wir mal richtig hallo 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 warte die nehme ich als die nehme ich jetzt mit wir haben ja keine steine zur verfügung ne fliegende dosen vorm kopf hallo weißt du wie das aussieht mit fliegenden dosen vorm kopf jääääh oh guck mal da drin ist private party hey im hin war schon was zum trinken wow wir sind nicht hier erwünscht ähh da müssen wir rum ne aahh lalalala aua aua ich hab meine dose verlassen ich hab meine dose noch ich hab meine dose noch Jetzt gucken wir mal, ob man die verärgern kann da drüben. Hallo. Oh. Du hast ein Power. Warte mal. Rennen. Rennen. Wäschekorb. So. Bist du da, Steve? Ja, Serverinformationen werden abgerufen. Ah ja, da bist du. Ich hab die türische aufgemacht. Die nehme ich mit. Warte mal, kann man das Fahrrad mitnehmen? Ne. Doch? Oh, doch. Cool. Ah, scheiße, ich komm nicht durch. Guck mal. Eee. Eee. Ich komm nicht durch mit dem Fahrrad. Warte mal. Warte mal, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt geht's, komm. Wow. Warte mal, warte mal, Fahrrad her. Warte mal, ich schmeiß dir jetzt das Fahrrad auf so ein, wenn's geht. So. Steven? Wo bist du? Hinterbäckchen. Hier ist der, der hat wieder sein Leuchtstab angemacht. Was ist das? Wo weiß ich hab. Kann man die eigentlich auch abwerfen? Wow. Ey, das Ding ist weg. Steven. Warte. La 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 la. Den Müllmann jetzt zu. Fahrrad her. Hahaha. Schnell weg. Wenn du ihm nur bist. Wann hört das eigentlich auf? Steht grad dran. In here. Hey du Pussy. Ja. Renne. Sie verkloppen uns. Ordnungsschutz. Oh mein Gott die rufen den. Wow. Hilfe. Hilfe. Da müssen wir so schnell rennen. Waiting for team. Das ist doch schön so ein Let's Play. Oh. Und jetzt sind eigentlich die Pisten. Ich hab keine Ahnung. Steven da. Ach da bist du. So. Dachboden. Jetzt müssen wir glaub rennen oder wie war das? Geronimo. Oh. Irgendwo kommt jetzt der Scheiß Hubschrauber. Oh. Oh. verschiebt Lankenpäck aber auch Euro aber auch dann kann ich nicht rein um dann komme ich nicht der Tag zum Tag Trump gewinnen doken jetzt verpiss dich du Scheißding jetzt kriegst du erst mal ein paar Nägel auf den Kopf ach scheiße, Treffen zotten können wow aua, ich bin durchbrochen nein aua, aua 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 schwarzer Bildschirm oh mein Gott, wer ist das denn? ah, bla bla bla, Mr. Freeman oh mein Gott, hey du hast 99% du hast 90 wie geht das denn? ich fahr ohne dich ach, schade, hätte klappen können bla bla bla, Mrs. Vance hast du auch Dialoge drin? ja juhu fässer schmeißen komm, jetzt laden wir mal der Aufzug auf ja, bis du endlich den Knopf drückst komm, Schmidt ich nehm noch Paletten mit zum Party machen äh, warte ah egal komm ich nicht durch damit und weiter geht's es geht voll schnell, kann das sein ach so, bei mir, bei mir das Level erst nach 8 Jahren ein denkwürdiger Tag ich hab'n geschenkt für deinen Papa, oder wird das immer auch sein, so kann man das drauf stellen, auf ihr Kopf? ich hab' was zum trinken, ich hab'n Fas-Tuppe ah, warte, ich nehm' das Fas trotzdem mit lauf, 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 lauf ich stell's mal hier hin everything alright, Dr. Kleiner? Steven, gibt's da eigentlich auch was zum mitnehmen, oder so? oh, guck mal, ein Paket hey, wo ist mein Fas hin? nicht wegrollen hey, warum kann ich das nicht länger nehmen? hey, jetzt kommt der Schwuchtel hey, hallo hey, ich kann den Kaktus nehmen jetzt sagen wir einen Stuhl oh, die gute Figur kann man nur wackeln lassen wow, Steven, ich hab' was cooleres gefunden komm ich da hin? hey hey, ich komm' noch nicht hin weißt du, weißt du, weißt du weißt du, weißt du, weißt du was ich als Blick, ah, auf'n Blick hab' ja, da komm' nicht hoch, was Fas läuft weg ach, schade unsichtbare Wands was was, kann man das nicht mitnehmen da oben? ja haha kann man das nehmen? haha unsichtbare Türen nenn, geist! weißbrot haha hast du denn Ordnung grade noch? ja haha 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 hm, ich bin ein Doktor oh, ich bin so gruselig haha hin der st monsteranzug schützern anzucker er obwohl wir keine anzüge anhaben und jetzt nicht aufladen so mein Anzug ist voll eh zum Aufladen des Anzugs drücken ach es ist mir sein jetzt erst aufzuhören kann doch eh nix mehr drücken das ist doch eh leer hey du Pisser hallo ja breit an der Kopf wenn der jetzt der Wald ach schade ich will als erstes fahren ne du, ne du, ne du nein, nein ich weiß was passiert hast du das steckisch doch reingemacht? ja, der war drin hä? das ist doch eigentlich draußen ach ne, den haut es aus raus ja warum kann ich da kein Fernseher nehmen? kennst du den Radiosender, wo auf der Frequenz 8950 läuft? steven hm? guck mal, komm mal her guck mal, guck mal was da was die für ein Radioprogramm drin haben hm, 8950 oh mein Gott, der Stecker ist draußen oh, es greift mich an es greift mich an hm, 0150 oleary cu okay äh, du steckst wieder rein hm hm äh, du steckst wieder rein hm kann ich den Switch drücken? ja ich will die Tussi, dass sie weg ist hm hm warum funktioniert es eigentlich bei der Tussi kon%ut? nicht? Keine Ahnung. Wir sind zu cool. Oh mein Gott! Glitch! Was ich cool finde, dass unsere Logos anzeigt, glaube ich, von Steven. Steven. Ja, über deinem Kopf. Blablabla, Mr. Freeman. Lass mich rein. Ich will jetzt schnetzeln. Will jetzt endlich meine erste Waffen haben. Kann das sein, dass es ein bisschen eng ist? Oh, ein bisschen. Oh mein Gott! Kann man da eigentlich draufhüpfen? Geht gar nicht. Boah, mir wird schlecht. Im Deutsch schaut sich das irgendwie besser an. Wow! Was ist hier noch los? Hey, guck mal, da sind sie wieder. Hallo! Hallo! Hey, ich driffte voll ab. Was war das gerade? Was ist das für ein Spaß? Was? War das nicht der Endgegner? Ja. Ich habe immer nur noch 90 Gesundheit. Warum habe ich eigentlich so viel Gesundheit verloren? Gordon Freeman? Oh mein Gott! Wir sind unter Wasser. Yeah, Monster! Hey, wir sind draußen. Hey, wenn wir jetzt draußen sind, kann man jetzt nicht weiterlatschen? Ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ah, das sind die scheiß Viecher. Ah, mach es weg. Ja, jetzt gibt es die erste Waffe. Nach der Erladezeit. Das sind sie. In der nächsten Folge von... Aufhängen. Yeah! Schnell komm, der schmeißt gleich die Eisenstange runter. Gib sie mir. Mr. Freeman heißt das. Was? Was? Z soll ich drücken? Wie er dich eigentlich voll ignoriert und mich anguckt? Steven? Hm? Wie er mich anguckt und nicht dich? Er ist halt ein bisschen schwul. Hey, du kannst noch mal eins mitnehmen. Guck mal, da liegt noch eins. Ah, egal. Hacken, hacken, hacken. Kann man sich eigentlich selber verletzen? Nö. Ach, schade. Ach, schade. Asch-friendly-Fahrer hab ich reinkommen. Ah, der hat geblitzt-Dingst! Hey, guck mal, ich hab'n'n Kill gemacht. Yeah, 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 yeah. City-Scanner. Äh, das war ein falscher Zug, oder? Ne, richtig. Mach die scheiß Tür auf! Zug! Jetzt müssen wir warten. Scheiß Zug, stirb! Stirb Zug! So. Ah, ich komm da nicht durch. Was mein Arm? Ich wurde angeschossen. Ich auch. What the fuck? Hey, du hast jetzt nur noch 98 Prozent. Wow! Na toll! Ich bin runtergefallen! Wo bist du runtergefallen? Ey, warum krieg ich... Wow! Mach keinen Scheiß, Junge! Ups, geht doch! Warum krieg ich meine Waffe nicht? So, ab, ab durch die Mitte! So, ab, ab durch die Mitte! Mein erster Tod, ich bin glücklich! Was, du bist tot? Ja, ich hab' gegen das Explosionsfass gehauen, es ist explodiert und ich war tot. Null! Okay. Bist du da? Ja! Wo bist du? Hopp! So, bisschen Heilung! Jetzt gibt's die erste Waffe! Komm her, du Pisser! Ich bin besser wie du! Ich bin besser wie du! Ich bin besser wie du! Hä? Was zeigt's grad mir? Wow! Ja, oh, geil! Ich hab' nen Touch dort! Geil! Den gibt's da eigentlich gar nicht, oder? Geil! Hä, wann gibt's? Ah, cool! Da ist mein Pistol! Ja, schützt! Ah! Jetzt hab' ich Munition! Ey, wo sind die eigentlich alle? Ähm... Lalalalalalalala... Lalalalala... Müssen wir nicht oben rum? Hä? Wir müssen doch oben und dann auf den Zug, ne? Äh, ich weiß es nicht mehr. Boah, schmeiß' den Müllteil mal nicht runter! Uh! Das wollte ich schon immer machen! Ja! Ey, du hast lauter Blutflecken am Kopf! Komm her du Pisser! Ohhhhhhh Wow! Wer hat da? Was schießt er? Ich hab keinen Anzug mehr lol Wir können weiter Juhu! Munition! Alter, warum geht der nicht drauf? Warum ging der vorhin grad nicht drauf? Keine Ahnung Oh, schnell abhauen! Ich hab nur 21 Schuss, ey! Äh, wie ging das Licht nochmal an? Hä? Ah, okay Alter, warum ist das Lilla? Lol Äh Achso, die Mad Packs! Keine Ahnung Äh... Ne, V ist auf jeden Fall nett Wow! Wow! Oh, Drecksack! Wow! Ah, da ist Battle of Juhu! Machen wir mal! Alter, ich hab voll die Glitches! Bei mir sind die Fenster voll rosa! Steven! Bei mir sind die Fenster rosa! Steven! Bei mir sind die Fenster rosa! Ich hab so viele Madi Packs und ich kann die nicht benutzen! Die müssen da runter, ne? Verrägt doch da hinter endlich! Wow! So, das war Kopfschuss! Und der nächste ist auch dran! So! Da können wir mal weitermachen, ne? Wow! Wir brauchen Sachen zum hochgehen, gell? Oder schaffen wir das eigentlich da hochzugehen und... Ach, das ist ja... Wo ich's äh... wo ich's äh... letztes Mal gespielt hab, hab ich die Leiter gar nicht gesehen! Wir müssen da rein! Zeig mal dein schönes Gesicht! Wart mal! Guck mal, der hat sich anpisst! Scheiße, ich habe keine Munition mehr! Hat der Munition noch? Hey, gib mir Munition! Alter, wie viel... Wie wenig der für meinen Anzug geben hat! So ein Pisser! In a row, Jack! Hey, ich hab 25... Dann halt nicht! Ich hab 25 Medipacks und kann nix damit anfangen! Wart mal! Wart mal! Vielleicht sind... Granate... Nö... Ist nix drin! Loll! Wart mal! Wart mal! Ich guck mal, äh... Wart mal wieder auf Steven! Da ist er ja! Weiter geht's! Hacken, hacken, hacken! Wow! So! Geronimo! Also, wenn wir heraufbrauchen, H drücken! Guck mal, da sind die geilen... Die Viecher wieder, die sind cool! Steh mal drunter! Ich find's geil, wenn man da nicht rauf geht bei den Viechern! Ah, jetzt kriegen wir wenigstens wieder Munition! Aha! Jetzt kriegen wir wenigstens Munition wieder! Wow! Geh mal Munition, du Sack! Hat der auch Munition? Hat keine Munition, ne? Hat's da irgendwo Munition noch rumfliegen? Yeah! Da hat's Munition! Juhu! Aua! Aua, Aua, Aua! Wieso kann ich das nicht kaputt machen? Wow! Ich schieße mal die Türme da unten ab! Hä? Aua. Ich kann meinen Medipack nicht nehmen. Oh, da war der G-Man. Wo? Da oben. Schieß mal die Dinger runter. Welche Dinger? Das Brett, das wir rüber können. Ähm. Geht nicht. Hä? Da geht es. Warte. Oh, scheiße. Du, 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 du. Wir sollen was sonst rüberkommen. Ich hab keine Ahnung. Ich kann es nicht kaputt schießen. Wie macht er das nur? Geh mal weg. Das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Alter, warum geht es nicht kaputt? Das muss man ja kaputt machen, sonst kommt man ja nicht weiter. Das checke ich jetzt nicht. Geh mal die Kiste hoch. Kann ich übernehmen? Geht es? Ah! Steven! Ich hab's. Kein Stück zu weit. Alle wollen mich jetzt die Kiste runtergeflogen. Nein! Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Die Schusstaste. Du 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 Fuck. Wom kann man das Sofa nicht mitnehmen. kommst dann zwar drüber aber dann hängst du hier fest ja cool wie komme ich jetzt wieder raus musste ich ducken und dann noch rauslaufen toll ist voll der glitsch oder wir kommen mit weiteren dass wir hier überhaupt weiter müssen müssen da oben rüber dass man da unten durchkommt müssen durch den müllberg durch du hast doch die story gespielt oder so ja aber ist schon ehrlich hier das ding muss kaputt aber das geht nicht kaputt warte mal du musst oben drauf legen dann drauf schießen was mein bein tun nicht so toll mein waffe ist leer in die munition nö natürlich nicht ich kann es nur dran legen nicht drauf versuch mal ob es dann geht aber ich glaube eher nicht alter super und leck super äh dann machen wir hier einen cut oder ja dann gucken wir dass wir da rüber kommen also bis zur nächsten folge bis gleich tschüss tschau